Ein Spalier von beiden Teams am Pokal vorbei. Die DHB-Herren wollen heute zum siebten Mal Europameister werden. Tolle Kulisse im Hockeypark von Gladbach. Und dann der Kreiskapitän Max Müller macht seine Jungs noch mal heiß. Die Gastgeber, weiße Kleidung, erste Minute läuft. Fürste auf der rechten Seite, der sieht dann Oskar Deke. Und links am langen Pfosten Christopher Zeller, 45 Sekunden vorbei. Der Olympiasieger führt. Fürste, der Hamburger mit viel Dynamik geht er in den Kreis. Der kluge Rückpass hier auf Deke. Und der sieht den freien Zeller am langen Pfosten. Bundestrainer Markus Weise sieht dann auch die ersten Strafecken. Hier schon Ecke Nummer 3. Zeller gibt den Ball herein und dann diese Variante nach rechts. Martin Hähner mit der Chance. Doch klasse Parade von Stockmann. 20 Minuten vorbei. Holland mit Teunde Neuer. Der sieht Woisthoff am Kreis und der mit der argentinischen Rückhand. Ausgleich. Der Pass in den Rücken der Abwehr. Torhüter Max Weinhold steht auf dem falschen Fuß. Hat keine Abwehrchance. Dreieinhalb Minuten noch. Max Müller holt sich vom Bundestrainer die Info ab, wie die nächste Strafecke aussehen soll. Ecke Nummer 7 kommt herein. Und dann der Pfiff. 7 Meter. Oliver Korn nimmt den Abpraller auf, wird dann beim Torschuss hier von einem holländischen Stock getroffen. Die Entscheidung klar, stockvoll im Kreis. Das ist 7 Meter. Fürstel mit der erneuten Führung. Damit ging es in die Pause. Nach dem Wechsel Skepsis im Blick von Paul van Aas. Hollands Trainer sieht diesen Angriff von Deutschland. Langer Pass in den Kreis. Stralkowski mit der Gelegenheit macht sich lang. Fuchs ist da. 3-1. So schnell geht das im Hockey. Stralkowski, der Mühlheimer mit toller Vorarbeit im Fallen. Fuchs drückt den Ball über die Linie. Drittes Turniertor für Florian Fuchs. Das Edeltalent. Hollands Antwort 18 Minuten vor dem Ende. Straf-Ecken-Variante nach links. De Neuer ist da. Holland wieder dran. Die deutsche Auswahl versucht sich vom Druck zu befreien. Konter werden gefahren. Leines Bad knapp vorbei. Holland 11 Minuten noch. Nächste Straf-Ecke. Takema direkt aus der Mitte. Weinhold hält. Und auf den zweiten Versuch von Bacca kann der Kölner Keeper abwehren. Die Partie nun völlig offen. Und dann echter Krimi. Markus Weise. Knapp sieben Minuten noch. Würde die Führung halten. Und er mit seinem Team. Die EM bringt diese Ecke zwei Minuten vor Ende. Die Antwort. Oliver Korn. Die Variante zum Hamburger ist erfolgreich. Korn berührt den Pass nur leicht. Einen Stecher nennt man das. Keine Chance für Stockmann. Und dann der Countdown. Markus Weise und seine Jungs haben es gepackt. Der erste Titel seit dem Gold in Peking vor drei Jahren ist eingefahren. Und auch ohne diesen Jubelturm sind sie heute die Größten. Die Jungs haben dann stark dagegen gehalten. Haben noch ein viertes Tor gemacht mit einer funktionierenden Straf-Ecken-Variante, die wir lange im Köcher hatten und erst ganz zum Schluss gezogen hatten, nachdem alles andere verballert wurde. Europameister zum siebten Mal. Ein perfekter Sonntag für die Hockeyherren in München-Gladbach. Das war's. Das war's.